Was ich will, und euer Bravado bedeutet nichts. Oh noes! OH NOOOOOIN! Ich hasse die Viecher. Jaaaa... Das ist nervig. Das ist ein Geistprogramm. Ich versuche deinen Fehlten. Und ich empfehle dich zu sein, dass du die Simulation 31 bist. Du hast einen Grund. Das ist ein Geistprogramm. 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 ares έwig Das ist ein Geistprogramm. Es ist wie ein digitales... Äh, Karte. Hammer. Alter! Wir sehen, ob du immer noch so gut fahren kannst wie früher. Äh, ja, ich glaube da hat sich, äh, einiges dran geändert. Positiv oder negativ? Äh, eher negativ als positiv. Okay. Okay. So, ich sollte übrigens halt dazu sagen, die Musik hier, äh, im Auto, die lasse ich jetzt lieber aus, bevor ich irgendwie Probleme mit der Gamer kriege. Die immer. Weil die sind ja sehr, äh, ne? Ja, vor allem inzwischen mehr als sonst. Aber du hattest so einen weiten Start, ne? Hehehe. 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 es ist sehr gut bleibt es mit dem ich bin unterwegs musste sie bett also die und ja sie sind es gibt es die Kanzel Ja! Ja! Hallo! Hallo! Oh Mann! So, kaufe eine Waffe! Ähm... Ja, ich nehme mir hier gleich die MP. Ich nehme mir die Pistole. Kaufe ein Upgrade! Ähm... Ruxia. Magazin Größe. Ah, hallo! Zurück! Nein, nein, nein! Zurück, zurück, zurück! Yeah! So. Äh, gehe einkaufen. Ich habe doch schon fertig. Hä? Muss ich noch was kaufen? Äh... Bei mir ist das gerade irgendwie buggy. Zero? Mhm? Bei mir ist das gerade irgendwie buggy. Ich habe mir gerade eine Waffe gekauft. Aber es hat er nicht gespeichert. Warte auf anderen Spieler. So. Zurück. Ja, warte mal. Ich mache dann auch noch eben. Jetzt steht bei mir schon wieder, gehe einkaufen. Ja, bei mir aber auch. Moment, gehen wir erstmal raus. Zero, komm erstmal raus. Warte. Ich muss mir eben kurz noch... So. Übernehmen. Ja. Ich habe jetzt meine Waffen. Hey. Sag mal, was willst du denn? Ich habe jetzt meine Waffen. Hi. Oh, einer lebt noch. Weißt du? Ernsthaft? Ja. 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 Sonic. Ja. Ja. Ich habe jetzt mal beworfen. Ja. 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 Es backt ein bisschen rum, ne? Das geht. Ja, wir sind übrigens noch, beziehungsweise ich bin noch am überlegen, ob ich das jetzt auf 100% dann durchzocken werde. Jedes Mal mache ich dasselbe, ne? Tja, du kannst das. Hm. Nope. Hier muss ich rein. Richtig. Ja, ihr könnt ihr was? Da. Ja. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt also nach Prozentland... Moment, bist du da hingekommen? Ja, ich habe nicht so schnell da hingekommen. Ich habe mich ans Ufer geworbt. Ich hasse dich. Ich hasse mich auch. Hallo. 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 Hallo? Du siehst so lächerlich aus. So. Grundlagen geschafft, es gibt ein bisschen Bargeld, sehr schön. Und level up. Das war nicht schwer. Mit N abspeichern, ja das ist klar. Wie das in der Garage drin ist. So, ja ist gut jetzt. Ong. Oh, Upgrades. So. Wo wir hier schon mit den Upgrades anfangen? Also ich würd sagen erstmal ein bisschen Geld verdienen, ne? Ja, ich hab mir nur eins geholt. Was hast du dir geholt? Ja, und dass ich bei Unruhen mehr Geld verdiene. Ja gut, dann nehm ich das auch. Dann haben wir das auch schon mal drin. Gut, gut. Okay, dann können wir gleich mit dem nächsten Auftrag weitermachen, ne? Ja. Lerne die Regeln. Oder Nebenaufgaben. Was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir jetzt machen? Primär oder Neben? Hm, Primär. Gut. Oder, ne 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 ne, neben. Dann kriegen wir ne neue Waffe. Kaufe Klamotten und verbessere ein Auto. Wir würden sagen, wir kaufen erstmal neue Klamotten. Ja, das ist ganz wichtig. So. So. Ich will sicher, dass er keine Klamotten mit infektions-Code hat. Geh mal etwas. Wenn nichts Schmerz passiert, dann ist es wahrscheinlich sicher. Was soll denn das werden? Was? Dass du die ganze Zeit hinter mir läufst. Ich lauf vor dir. Jetzt läufst du vor mir, ja. Ich lauf schon die ganze Zeit vor dir. Nee, du warst die ganze Zeit hinter mir gerade. Nö, ich lauf die ganze Zeit vor dir. So. Achso, stimmt, das ist ein Auto. Hallo! Lass mich auch rein. Warum? Because... Ich... Oh, ich muss noch mal einsteigen. Ich seh's jetzt hinter dir. So, Schäffe fährt jetzt Auto. Hier wird jetzt keiner mehr stören. Der erste Satz, den meine Person gesagt hat, ist, du bist wirklich gut im Schlechtfahren. Passt doch. Mhm. Das wird noch schlechter. Ein Glück müssen wir kein Auto fahren. Achso, ja. Wir sind ja hier schon richtig. Bisschen weit weggeparkt, aber okay. Passt schon. So. Einmal neue Klamotten. Äh... Was haben wir hier so schönes? Oh, komm. Go, go, Clyde. Nein, das kann ich, äh... Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Erstmal was Vernünftiges hier. Was könnte man denn nehmen? Moment. Hast du auch schon was gefunden? Ja. Schön. Nein. Ich auch. Sieht zwar scheiße aus, aber ist egal. Na? 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 Ich war das nicht. Ich mach ja trotzdem schon mal ein bisschen klar Schiff, ne? Zero? Mhm. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Äh? Ja, gut, dass ich jetzt mein Kauf abgebrochen wurde. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Raus! Alter, wie viel kommen denn hier noch? Ihr könnt auch gern wieder abhauen, okay? Ich bin bekloppt. Groß einmal sterben for the win. Ich könnte hier draußen jetzt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, ne? Ja, ich bin unterwegs. Ja! Da hat's Boom gemacht! Jaaa! Ich muss erst mal gucken, wo ich denn hier, d-d-d-d-nicht, d-d-nicht, d-nicht, 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 d-nicht. Oh, wir haben die Arschgeigenreiche hinter uns, wir haben einen Plattenreifen, ne? Wirklich! Ja, ich wollte es so gesagt haben. Hätte ich das jetzt nicht erwähnt, hätte ich es nie gemerkt. Ja, gut, dann weiß ich, ich hätte mir nur gedacht, warum zieht das Auto so komisch nach rechts, ach, als bestimmten Feature. Haha! Hey, es war sogar richtig! Ja, ich liebe dich! So, kenne ich nicht! Sie imm manipuliert! Und mit closeem animiert!